Es wird aber nicht reich mit den paar Jungs hier. Wo ist der Rest? Komm schon, irgendeine Handlanger. Ah, da kommen jetzt gerade ganz, ganz viele. Sehr schön. So, Pause. Du. Verhören. Ah, stimmt. Er musste wieder hier hinlaufen. Oh, ich hasse das. Deswegen hat es nicht geklappt. Weil das fiese Genie musste erst dahintappern und während der Zeit konnte er dann ausbrechen. Und hätten wir ihn jetzt irgendwo anders verhört, dann hätte er das physische und das wieder bewegen müssen. Das Ganze hätte nicht geklappt. Ja, ja. So, wo ist Eli? Eli, genau du. Zusammenrufen. Und dahin. Und töten. So, du bist eine Zivilistin. Die hier drinnen werden schon nach und nach aufgemischt werden. Genug Leute kommen mir dahin gelaufen. Wie läuft's mit Rambo? Kann er eigentlich so auch noch fliehen? Also einfach seine Waffe nehmen und losballern? Ich hoffe mal nicht. Ich glaube, die können echt nur fliegen, wenn sie in ihren Zellen sind. Aber gut, apropos Zellen. Wir sollten mal ganz kurz hier neu aufbauen. Wir hätten gerne Eliminierungskabine. Eins, zwei Stück. So. Rote Punkte. Rote Punkte. Aber es ist alles nur Diebe. So. Selbstschussanlagen stehen soweit noch. Das heißt, sobald Frost dann auch in die Nähe kommt, dürfte sie abgedackert werden. Eli kann neue Fähigkeiten lernen. Oh, das ist schön. Ghetto-Gang. Hallo? Eli? Du? Kannst du mal hier so? Komm schon. Hm. Will er nicht? Na gut. Dann halten. Ah, jetzt macht er es. Jetzt kannst du Ghetto-Gang machen. Und was macht Ghetto-Gang? Aha. Ähm. Okay. Er macht Musik. Bringt das irgendwie Loyalität oder so? Oder verwirrt das einfach nur die anderen? Nö. Er kriegt keine Pfeile. Und irgendein Arbeiter wollte austreten. Du. Gefangenen. So, wir hatten noch einen Autochirurg. Gut kommen. Genau, die können wir auch gleich mal setzen. Und gucken, was unsere PR-Manager und Wissenschaftler machen. Sehr schön. Wissenschaftler sind auf 10. Das heißt, hier können wir jetzt wieder zwei Wissenschaftler hinschicken. Und wenn die da sind, dann können wir die wieder rüber schicken. Und diesmal macht mir eine Regierung mal aus der Zukunft. Hoffentlich nicht wieder einen Strich durch die Rechnung. Ihr seid am Stehlen. Das ist okay. Ihr seid nur noch drei Mann ohne Kammerdiener. Da sollte ein Kammerdiener hin. Und noch einer davon. Und hier steht einfach weiter. Sehr gut. So. Er wird gebrutzelt. Hahaha. Genau. Sehr schön. Bist du jetzt tot? Nö. Mal eben so von Kopf bis Bauch durchgelasert. Und von Bauch bis Kopf. Und Kopf bis Bauch. Und... Aha, aha. Aha, aha. Genau. Ganz alltäglich ein Rambo an einen Laser zu schnallen und zu brutzeln. Aber ja, ich hoffe, dadurch ist er jetzt erstmal für eine Weile ausgeschaltet. So lange, bis wir seinen Auftrag auch noch bekommen. Ähm, und wo versteckt sich jetzt die Frosttona war? Wow. Ähm. Wo kommt die denn her? Äh, alle mal verwirren? Noch schießen sie ja nicht. Na ja, komisch. So. Ihr habt schon verwirren Tag. Da ist der Affe. Ah, die Frosttona war. Zack, 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 zack. Sehr schön. Vier, fünf Mann. Ja, sehr schön. Das ist keine wirklich schwere Supergentin. Also wenn ich mich da an diese Femme Fatale erinnere, in den Bikini. Die hat mit ihrem Messer ja mit jedem Stich einen umgebracht, egal was es war. Das war schon ein Zacken härter. Gut. Sie wird gleich auch noch verhört. Worauf immer wir sie verhören müssen. Also wir müssten laut Auftrag ihren Teddybären zerreißen. Nur mit welchem Gerät zerreißt man ein Teddybären? Auf dem Verhörstuhl einfach. Sollten wir uns den gleich nochmal angucken. So, du kannst rausgelassen werden. Und er benötigt Hilfe. Das heißt, er läuft jetzt hoffentlich gleich weg. Das solltest du auch machen. Du lauf mal da hin. Das wäre ganz schön übel, wenn er einfach aufsteht und dann anfängt, auf unser Genie zu schießen. Das fände ich ein wenig unrealistisch, wenn er vom Laser in Stücke geschnitten wird. Eigentlich sollten die echt verschwinden auf irgendeine mysteriöse Weise und dann wieder auftauchen. Wie es die Bösewichter normalerweise tun, wenn sie in die Schlucht geschmissen werden. Und nicht einfach hier rumliegen. Aber na gut, er hat schon ein bisschen Land gewonnen. Das müsste passen. Können wir die Türen eigentlich irgendwie aufmachen, absichtlich? Also ich meine jetzt nicht auf Stufe 1 stellen, sondern wirklich ganz aufmachen. Das wäre nämlich auch ganz schick wegen Selbstschussanlagen. Falls er dann einfach so aufsteht und hier Unsinn macht. Machen wir alle Türen auf und dann tackadackern die Anlagen von Tim hier durch. Aber ich glaube, das geht nicht. Können sie abreißen, aber dazu müsste wieder jemand hier hinlaufen. Achso, du geleitest ihn jetzt raus? Ja, sehr schön. Also du beseitigst die angebliche Leiche. Na, ist auch okay. Ist eine gute Lösung. So, wie schaut der Eingangsbereich aus? Soweit okay. Schlechter Veteran. Oh, warum liegt Frost noch mal auf dem Boden? Hm, komisch. Wird hoffentlich gleich wieder aufgehoben. Wird hoffentlich gleich wieder aufgehoben. Jungs. Äh. Ja, na also. Also ja, sie macht nicht besonders viel Schaden, aber ich finde es doch ein wenig verwirrend, wenn Superagenten einfach so auf dem Boden kurzfristig abgelegt werden. Nur um was auch immer zu tun. Hm. Na gut. Ähm. Wir haben hier anscheinend eine kleine Verschnaufspause. Jedenfalls vor dem ganz schwierigen Agenten. Also sollten wir irgendwas bauen, um ihn schnell loszuwerden. Mehr Selbstschussanlagen? Wenn du jetzt ernsthaft, ich finde das gar nicht so eine schlechte Idee. Kann man die staffeln? Aber nee, das wäre ein bisschen überpowert. Obwohl hier so zwei Selbstschussanlagen hätte schon was. Oder zumindest hier. Den können wir uns in den verwirrend ganz knicken. Ja. Hier vielleicht. Das bringt alles nichts. So. Äh. Also Rambo wurde rausgebracht. Leichensäcke sehen okay aus. Das Ding muss noch gebaut werden. Gale sieht okay aus. Sind die zwei Wissenschaftler inzwischen da? Ja, sind sie. Sehr schön. Also ihr sechs weg. Und hier sechs hin. Und den Kung-Fu-Kämpfer. So. Das müsste ja ganz schnell gehen. Genau. Hubschrauber kommt. Sack die ein. Bringt die hier hin. Und dann können wir die Mission gleich anfangen. Los. Eine Minute dreißig. Das schaut doch echt gut aus. So. Und wenn wir das Ding haben, brauchen wir nur noch das da. Und dafür brauchen wir fünf PR-Manager, fünf Söldner. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Naja, wir haben nur vier Söldner. Das heißt, wir schicken die PR-Manager erstmal hier hinten. Und lassen sich da verstecken. Es waren nur vier? Ne, es waren fünf. Okay, stopp, 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 stopp. Alles zurück, alles zurück. Hier auch zurück. Wenn wir jetzt viel losschicken würden, wären wir noch einer da, der ausbilden kann, dann wird das alles nichts. Also sollten wir das nicht übereilen und erstmal nur den Kometen klauen. Oh, Toter. Wo ist ein Toter? Verstecken. Hier ist keiner. Da ist einer. Verstecken. Natürlich tauscht hier gleich ein Agent auf. Die Mission ist gleich durch. Das passt schon. So. Dacca, dacca, dacca. Rambo ist wieder. Warum zur Hölle? Ja. Ja. Also er wurde gerade von einem Laser zerschnitten. Und seine angebliche Leiche wurde nach draußen getragen. Natürlich mit seinen Gewehren. Als er auf mysteriöse Weise wieder ein ganzer Mensch war und alle Leute verprügelt. Dafür haben wir die Mission geklaut. Da ist die Frost-Unava und sie versucht gerade auszubrechen. Und wenn wir jetzt wieder auf irgendein Verhörgerät klicken, wird das Physischen-Genie erst wieder hinlaufen müssen und dann kann sie wieder entkommen. Und ich weiß immer noch nicht, welches Verhörgerät. Es ist ja viel zu einfach. Wir zerstören den Bären und damit die Frau. Wenn sie gezwungen ist, mit anzusehen, wie ihr Freund aus Kindertagen in zwei gerissen wird, wird sie das schon dazu veranlassen, zu verschwinden. Das ist sehr vage. Aber gut, wir versuchen es erst mal mit dem Verhörstuhl. So. Es gibt neue Handlanger. Ah, okay. Das interessiert mich momentan aber nicht so wirklich. Ich habe zwei Agenten in der Basis, die immer wieder Amok laufen. Wir sind auf 117 runter. Hier sind alle verwirrt. Nein, ihr schießt. Weed. Danke, 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 danke. Genau. Die Kanonen schaffen das schon, da muss ich nicht zugucken. Wo ich eher zugucken will, ist, ob sie jetzt da bleibt und ob unser Physischen-Genie... Genau. Der läuft jetzt zum Verhörstuhl. So. Mal gucken, ob sie das so lange mitmacht. Wer soll sie denn abholen? Du. Der ist ja auch nicht besonders weit weg. Äh, da kommt Rambo. Die Zelle ist immer noch nicht gesetzt worden. Da werden gleich noch ganz viele Gefangene kommen. Äh, die Titelmelodie gehört zu dem Spiel. Also wird das der Obersuperagent sein? Nicht gut. Du kannst mal verwirrt werden. Und der ist jetzt irgendwo mit seinem Jetpack gelandet. Oder wie tauchte er auf? Da bist du. Ja. Du lauf mal genau in die Selbstversammlung. Das wäre echt toll. Deswegen gehen wir doch jetzt schon einen Fang-Tag. So. Der Rest wurde verprügelt, niedergeschossen und wird zu den Zellen gebracht. So. Da haben wir Rambo wieder. Was machen wir jetzt mit Rambo? Wir können nicht auf Töten drücken bei der Falle. Da kommt er auf jeden Fall raus. Also bei der Zelle. Oder? Ja. Kommt er raus. Und legt bestimmt gleich wieder eine Bombe. Was zur Hölle machst du? Ja. Legst eine Bombe. Warum siehst du ihn nicht? Ah. Na also. Und. Kaboom. Jautsch. Ja. Die Zellen war wohl der Heule neu. Also ja. Wir haben es testen können. Eliminieren funktioniert definitiv nicht. Auftrag gegeben. So. Sie wird verhört. Vielleicht klappt das ja wenigstens. Wo ist der Teddybär? Moment mal. Haben wir den Teddybär, den wir rumliegen? Das könnte natürlich dann die Lösung sein. Heißt irgendwo liegt jetzt ein Teddybär auf dem Boden. Und wir hätten sie verhören müssen mit dem Teddybären. So. Das ist das Meteoriten-Ding. Das kann dahin. Wo ist Mr. Snuggles? Vor allem wird er inzwischen auch schon länger in unserer Basis sein und deswegen nicht mehr so grün leuchten. Heißt er kann überall sein. Wo wäre ich, wenn ich ein Teddybär wäre? In der Kantine? Nö. Bei den Tischtennisplatten? Nö. Also es ist ja auch nur eine wilde Theorie von mir. Aber es würde echt Sinn machen. Zumal jeder Teddybär auch ein richtiger Gegenstand war, den er auf der Karte sehen konnte. Aber ich sehe nichts. Er war ja auch ziemlich groß. Also auf der Karte zumindest. Hier vielleicht irgendwo. Hier könnte er ganz gut untergehen. Ja. Ah. Da ist Mr. Snuggles. Nicht schön. Gar nicht schön. Können wir den Verhör noch irgendwie umlenken? Also dass sie jetzt nicht da verhört wird, sondern gleich. Nö. Das heißt, sie wird jetzt K.O. geschlagen. Da wird sie raustransportiert werden. Da wird sie ähnlich wie Rambo wieder Chaos anrichten. Dann nehmen wir sie gefangen. Dann verhören wir sie nächstes Mal bei Mr. Snuggles. Du hast jetzt einen Töten-Tag und wirst immer wieder verprügelt. Ja. Das machen wir einfach mal so. Weil wenn wir ihn gefangen nehmen, dann sprengt er nach und nach immer wieder unsere Zellen. Da habe ich nicht so wirklich Lust drauf. Du hältst noch ein bisschen was aus. Okay. Wir haben keinen Platz mehr für die ganzen Gefangenen. Alle BN-Seite-Technologie erhalten. Suchen sie jetzt nach drei erfolgreichen Forschungskombinationen. Oh, sehr schön. Zahlen, 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 Zahlen. Okay. So, Frostung aber ist mal fertig. Nee, immer noch nicht. Können wir das hier abbrechen? Kannst aber weggehen. Ja, kannst du. Das ist schon mal ein Ticken sicherer. So, und du gehst schon mal zu Mr. Snuggles. Dahin. Für später. So, rambult noch auf den Boden rum. Ich hoffe mal, dass er irgendwann wirklich permanent verschwindet. Und nicht einfach immer, immer, immer wieder aufsteht. Das wäre zu übel. Also ich werde das jetzt zwei, dreimal probieren. Wenn er jetzt zwei, dreimal aufsteht und jedes Mal wieder niedergeschlagen wird. Und nicht verschwindet. Da liegt schon wieder eine Bombe. Oh, nicht gut. Jo, 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 jo. Nicht gut. Du lauf mal weg da. Da geht gleich alles hin. Lauft. Ach ja. Wir brauchen definitiv einen neuen Raum für Gefängniszählen. Machen wir den mal hier. Äh, Kraftwerk, Hotel, Lobby, Gefrierkammer. Nein. Waffenkammer. Passt nicht so wirklich gut. So, zwei Zellen. Ne, das passt auch nicht. Hier hätten wir mehr Platz. Aber das sind viel zu viele Reaktorräume in der Nähe. Das will ich nicht unbedingt, dass er da hin darf. Machen wir das mal hier unten. Also mache ich jetzt hier. Da noch einen Zugang. Die Dinger, die kommen gleich weg. Das da weg. Und dann kommen hier gleich die Zellen rein. Aber erstmal speichern wir ab. Also bis gleich. Bis zum nächsten Mal.